Bittgebet beim Betreten des Marktes Es gibt keine Gottheit außer Allah, dem einzigen, der keinen Partner hat. Sein ist die Herrschaft und ihm gehört das Lob. Er lässt leben und er lässt sterben und er ist lebendig und stirbt nicht. In seiner Hand ist das Gute und er hat Macht über alle Dinge.